Immer dieses Desinteresse von den Leuten. Schlimm heutzutage. So viele Bruchhäuser hier immer. Gut. Und hepp. Katze und Truhe, ja gut, die brauche ich nicht mehr, aber das habe ich alles schon, ne? Das haben wir schon. Katze und Truhen haben wir. Katzen und Truhen haben wir auch. Quatschen wir nochmal. Äh, Silbermann, 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 Gewehr des Jägers, Traktat der Intelligenz, 8,2 K. Okay. Okay. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, das war knapp. Oh, das möchte ich gerne nochmal haben. Experte hat at least schon mal gekriegt. Das ist schon mal schön. Gern noch mal machen. Diesmal gehen wir direkt einmal vorne an die Kanone und ballern einmal rum. Oh, das ist schon mal. Das war leider daneben. Kacke. Die 5 war sogar schlechter als vorher. Ärgerlich. Würde ich gerne nochmal machen. So. Ja, 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 ja. Treffen wäre noch nicht schlecht. Das wird nicht besser. Ich verfehle, glaube ich, am Anfang zu viel. Ja, ja. 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 Okay. sehr gut damit haben wir alles sehr schön damit ist das gebiet auch durch könnten tatsächlich jetzt erstmal dann gucken was die main quest gerade so sagt ja wir gehen mal darunter nach dahinten ist wieder dieses ich muss helfen dingen ja kommen wir gehen wir schnell mal hin balla sorry ich will hier nicht randalieren aber das musste gerade mal weg das dann bin weg oh 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 Das war's für heute. Ja, gut, okay. Weck damit. Oh, hier kommt man in den Hof. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Wir wollen erst mal wegstecken hier. Dann gehen wir mal zu unserer Katzendame. Gucken wir mal, was heute noch so steht. Da können wir doch jetzt auch noch wieder Stuff kaufen, ne? Weil wir doch jetzt so viel freigeschaltet haben bei ihr. Äh, ich hab was für dich. Ah, okay. Man sieht anhand des Herzens unten das, was sie halt haben möchten. Dann gehen wir mal, was besser noch eine Weile. So, jetzt kann ich... Oh, shit. Allerdings, ich hab's nicht mehr. Aber... Flixpitze ist tatsächlich nicht das, was ich haben will, Männchen zu sein. Aber na gut. Äh, Traktat der Scham, nehmen wir einmal mit. Traktat der Scham, nehmen wir mit. Traktat der Scham, nehmen wir mit. Traktat der Scham, nehmen wir mit. Ach, und da ist noch eins. Nehmen wir auch noch mit. Alles gut. So. So. Äh... Äh... Ich will sie nicht anlügen. 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 Ich will sie nicht anraumfachenh phasesjetzt. Ich will sie nicht anlügen. Ich will sie nicht gerade sehen. Ich möchte noch mal mit dir reden, darf ich? Oder eher nicht so? Ich darf mit dir nicht noch mal reden. Ach, das ist ja ärgerlich. Beim Glücksspielhaus oder bei der Spielhölle. Dann wollen wir mal. Wollen wir doch mal gucken, wer da so ein bisschen rumspioniert war. Wer dreistet es sich. Das Armenviertel. Es ist halt... Schwierig, dass... Es fällt mir jetzt erst auf, dass die Dingens im Armenviertel ist. Die Spielhölle. So, mit Stress. What the was? das ist noch ein ninja auch noch noch managers komm lass mich dachten na natürlich du lebst noch oder auch nicht natürlich Ich habe mich gefragt, dass ich von Taka-San einstelle, dass ich mich mit Ihnen beantwortet habe. Wenn ich mich mit Ihnen weiß, bitte! Bitte, Taka-San, bitte! Mhm, da vorne sind meine Gegner, ich hab's geahnt. Hab ich hier irgendwo ne Anzeige, wo Gegner sind gerade? Oder gibt's hier gerade einfach keine? Komm mir nicht hoch, ärgerlich. Aber es sind nur die beiden hier vorne, ne? Ja. Okay, warte mal. Lackers. 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 Ja, das ist ein Krui. Ach, ja, ne geht's. Ja Ich wünsche es Schlüssel zum Schreien Ah, hier hätten wir noch noch Waffen gelegen Na gut Hi Taka Äh, du wurdest meinetwegen entführt, da kann man es, dann haben wir dort Ich bin ehrlich gesagt, dass ich mich verletzt habe, dass du deine alten Freundschaft hast Sie, Sie, Signora Die Horsties waren es Äh 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 Ä Ich denke, dass ich mich überraschend hatte. Aber so... Du bist in der alten Geschichte. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Nein, es gibt nichts. Du hast auch Angst. Ich muss schnell zurückkommen. Ich bin schon mal ein bisschen aufgerissen. Ich weiß nicht, ob ich das Auto schlafen würde. Wenn ich es gerne so mache, dann bin ich nachher. Ich weiß nicht, ob ich das Auto schlafen würde. Ich weiß nicht, ob ich das Auto schlafen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich das Auto schlafen würde. Das ist so gut. Ich bin auch der Zeit, das ich nicht so mache. Ich bin so schwer. Wenn du hier neben dir bist, dann wird es nicht so leicht. Ich bin schon bald. Ich bin nur für mich. Ich bin immer noch zwei, ich bin immer noch. Ich bin... ...dokonka tolku. Können wir noch machen, ist doch kein Problem. Geh. So. Echt da. Okay. Taka-san! Ich bin froh! Ja. Es ist wichtig. Ich habe mich überrascht. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, sowie. Danke, dass du mit ihm schildert. Ja, ja. Ich bin froh. Ich bin froh, dass du. Was ich so. Es ist so schön. Ich weiß, dass du mit." Ich weiß, dass du. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin Chris next, I guess. Ich gebe dich zu ihrem Zimmer. Ich möchte jetzt aber einmal noch mal ganz kurz zum Fotoatelier. Darf ich da hin? Weiß ich nicht. Sieht irgendwie nicht so aus. Na ja, wir gehen einfach mal rein. Unsere Katzenlady ist auch weg. Oh, ist das nicht der Shogun? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Oh, das ist nicht nur ein Fotoatelier. Das ist ein Fotoatelier. Das ist ein Fotoatelier. Hmm... Äh... Äh, warum geht es so weit um die Nutzen der Listen zu unterdrücken? Äh... Oh, manch einer will euch totsehen. Erzählt mir vom Samurai der Dämonenklaue. So, ein Samurai der Dämonenklaue. Ich bin... ... in diesem Hinomoto verabschiedet. Ich verstehe nicht. Äh... Äh... ... ... Ah. Oh, schon wieder das Ding da hinten. Nur, wir sind mit Taka jetzt befreundet. Kamera umgewandelt, ein Fähigkeitspunkt. Okay, und mit all dem ganzen Kram, der jetzt hier gerade aufgeploppt ist, würde ich sagen, wir enden nicht an Videofolge für heute. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin erstmal reingehauen. Ciao, ciao!